Hi, hi und hallo Leute, herzlich willkommen, grüßt ihr miteinander bei Sex Game Center Rock'n'Hole. Endlich wieder ein vernünftiges, hoffentlich vernünftiges Video im ersten Jahr, ach im ersten Jahr, im neuen Jahr. Ich hatte eigentlich vor euch innerhalb der ersten Woche des neuen Jahres ein paar Videos um die Ohren zu hauen, mit unter dieses hier, dem Cataract One X mit 5 Large Lasern, welches gesponnener Saut werden von Endo Steel und Double Heat Sings, ohne die es uns wirklich nicht möglich wäre, die wunderbare Variante zu zocken. Also, ja, ich war leider ein bisschen krank, ich lag flach, ich konnte nicht so viel zocken und bin, glaube ich, auch ziemlich rausgekommen. Ich werde wahrscheinlich ziemlich abkacken in diesem Match, aber ich hoffe, es wird trotzdem ein bisschen interessantes Footage für euch ergeben und das Video wird hoffentlich nicht so langweilig. Ansonsten arbeite ich gerade an meiner Tutorial-Reihe, die ich ja überarbeitet raushauen wollte, weil da ja ein paar interessante Neuerungen auch mit rausgekommen sind. Und meine alte Tutorial-Reihe ist, ähm, vergleichsweise übelst veraltet. Ich habe meine 5 Large Laser im Rucksack, habe die aufgeteilt in 2 Waffengruppen, prinzipiell kann man auch sagen 3, ich habe nämlich eine für den sogenannten Alpha Strike beibehalten. Und, wo ist denn jetzt hier der Geek-Down? Ähm, ja, also ich habe mir eine obligatorische Drittenwaffengruppe für den Alpha Strike zusammengebastelt. Ansonsten habe ich aber, ähm, die 3 Large Laser, die sich in meinen Armen befinden, auf Waffengruppe 1 gelegt und die 2 Waffengruppen, ach, die 2 Large Laser, die sich in meinem Torso befinden, auf Waffengruppe 2. So ist das Ganze nett und hübsch aufgeteilt, ordentlich verpackt und es lässt sich viel damit anfangen. Ähm, wenn ihr mitten im Gefecht seid, benutzt ihr die Waffengruppen getrennt. Wenn es richtig heiß hergeht, euer Zug fährt, wie Waffengruppe 1, 2, 3 Large Laser auf einmal. Der Alpha Strike ist natürlich auch nicht so verkehrt, sollte man aber immer ein bisschen vorsichtig mit sein, weil trotz Double Heatings und so weiter und so fort, ist es schon so, dass man in dieser Variante wirklich hart schnell überhitzt und das sollte einem, wie ja inzwischen jedem bekannt sein sollte, mitten im Gefecht vermeiden. Wichtig zu wissen ist noch, wenn ihr Laser benutzt, haltet sie auf den Punkt drauf bei eurem Gegner, auf den ihr gerade schießt. Also der Strahl, der muss halt konstant auf den gleichen Punkt gerichtet sein, so ist es am effizientesten. Es ist jetzt nicht wie eine ballistische Waffe, die einen Instant-Schaden verursacht, sondern es ist halt eine Waffe, die ein bisschen drauf gehalten werden muss, wo sich der Schaden erst entwickelt, wenn der auch wirklich fertig ist mit Schießen. Ansonsten wird das halt nichts. Wenn ihr den Laserstrahl über den Torso vom gegnerischen Mech zieht, dann habt ihr halt überall Schaden verursacht, aber auch nur so ein bisschen. Einer Schaden wurde halt über den kompletten gegnerischen Mech aufgeteilt, was dann ein bisschen schade ist insgesamt, was ihr vermeiden solltet. Also wie gesagt, nach Möglichkeit konzentriert auf eine Stelle ballern, wenn es irgendwie klappt. Bei mir klappt es gerade leider gar nicht so gut, aber es ist ja das, was ich leider befürchtet und vorausgesagt habe. Ich bin ein bisschen raus aus dem Spielen und reiße gerade nicht so viel. Und Scout Mechs sind ja irgendwie auch harte Gegner, wenn man sich in einem langsamen Heavy oder Assault bewegt. Was gibt es noch so zu sagen? Wenn ihr mit der Hitzeentwicklung nicht so gut klarkommt, dann setzt alles auf... Upsi, Entschuldigung. Setzt eure Waffengruppen auf Chainfire-Mode. Also die 1 und die 2. Das werde ich jetzt auch mal eben ein bisschen ausprobieren, denn es ist ja immer nett, wenn man Durkian draufhalten kann. Das könnte den Gegner auch ein bisschen irritieren. Wenn man Durkian draufhalten kann, man hat die Hitze auch ein bisschen besser im Blick und es ist ein wirklich schöner Effekt, wenn man Durkian blaue Strahlen sieht. Versuchen wir das Ganze nochmal aus Neue. Wir haben dann halt, so wie auch beim Hunter-Mode-Maker, immer einen Strahlaufgegner, mal zwei und dann auch wieder nur einen Strahl. Liegt halt daran, dass in der einen Waffengruppe drei Läser sind und in der anderen nur einer. Jetzt werden wir gerade hier schon wieder beschossen. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Was gibt es sonst noch Wichtiges zu sagen? Ja, eigentlich nicht so viel, ne? Das meiste ist ja eigentlich inzwischen schon wirklich jedem bekannt. Es gibt die Basics, die man einhalten sollte. Was einem das Überleben dann natürlich erleichtert, wenn man die Basics auch wirklich einhält. Hitzings, Hitzeentwicklung im Auge behalten, nichts stehen bleiben, kein ungewirkliches Ziel geben und es nicht alleine mit zu vielen Gegnern auf einmal aufgeben, so wie ich es jetzt gerade mache. Das war ein großer Fehler. Ich habe hier gleich meine Beine verloren. Und überhitzen bin ich. Quatschen und ballern inmitten von richtig vielen Gegnern ist echt wieder eine scheiß Idee. Sowas passiert mir auch andauernd, wenn ich mir was erklären will und einfach einen guten Eindruck machen möchte. Das mit einem guten Eindruck kann ich jetzt klicken. Ich habe kaum noch Panzerung. Ich habe nur noch zwei Laser. Ich bin wirklich das totale Negativbeispiel. Jetzt habe ich auch noch ein Bein verloren. Boah. Aber der Gegner ist auch wirklich eine harte Sau. Der hat es tatsächlich noch geschafft, mich zu killen. Weil ich bin auch eh fertig, mit dem Wichtigsten so zu erzählen und so. Wir haben immerhin einen Kill geschafft. Ich muss erstmal langsam wieder in das Game reinkommen. Mit den nächsten Videos werde ich euch wieder ein bisschen mehr Freude bereiten können. Dann bin ich wieder mehr eingespielt und werde euch ein paar Videos präsentieren, die wir auch ordentlich waren. Platt machen und sowas. Wenn ihr noch Ideen und Anregungen habt für irgendwelche Varianten von Macs oder allgemeinen Macs oder irgendwelche Videosachen und sowas. Was ihr sehen wollt, was ihr wissen wollt, was ihr hören wollt, was ihr erklärt haben wollt. Oder wenn ihr einfach nur mal fette Action sehen wollt, wenn ich es dann hinkriege. Werde ich euch das gerne präsentieren. Ansonsten werde ich einfach erstmal weiter meinen Türen durchziehen und hoffen, dass es euch gefällt. Also Leute, besten Dank fürs Zugucken. Ich werde dann jetzt weiter meinen Tutorials arbeiten und diese dann möglichst bald auch hochladen. Viel Spaß damit. Haut raus. Tschüss. Tschüss.